Hey, wo bleibt der Younes, Mann? Der sollte schon vor 20 Minuten hier sein. Hey, ist uns doch egal. Lass uns einfach spielen. Meinst du? Oh, guck mal, ist schon da. Younes! Was geht? Was geht? Was macht ihr da? Hey, Junge, wo bleibst du mal? Wo bleibst du mal? Was feiert ihr für Halloween-Party? Alles los mit euch? Kommt zu spät und labert hier, Alter. Younes, komm, nimm mal deine Karten. Lass uns jetzt spielen. Ey, lass doch mal rausgehen. Was ist das für ein Karten-Spielen hier? Ist los mit euch? Was redest du? Das macht Spaß. Ich gehe kurz auf Toilette. Ja, okay, mach das. Hey, wo war noch mal die Toilette? Was bedeutet dieser Pechvogel, Alter? Ey, wo bleibt die Alice hier? Ey, die ist voll lange weg. Ja, geh mal nachgucken. Okay. Ey, lass mal gleich raus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich sag dir ehrlich. Ja, worin willst du? Was sollen wir denn machen? Ja, auf jeden Fall keine dummen Spiele spielen. Alicia? Alicia? Ja, wo ist die denn? Ey, ich hab ne Idee. Wir gehen in Polen. Hm, gute Idee. Ey, wo bleiben die beiden? Stimmt, Alter. Wie lange sind die weg? Geh mal gucken. Meine Fresse. Ja, warum bin ich überhaupt gekommen? Ach du? Alicia? Ja, wo seid ihr? Das ist nicht lustig. Ah! Und bleibt ihr die ganze Zeit. Ja, komm, lass uns mal weitermachen hier. Da seid ihr endlich. Komm mal jetzt her, Mann. Mama, wo waren wir die? Hey! 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 Hallo zusammen! Hihahahahahahaha. Hey? 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 Oh, jetzt hatte ich aber Angst. Jaaaa! Hey! Ihr wart nicht immer braav. Hey! 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 Wollen wir ein Spiel spielen? Jetzt kommen wir zum Spaß. Hallo meine Lieben. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Lass uns gemeinsam Spaß haben. Lass uns gehen bitte, lass uns gehen. Lass uns gehen bitte, oh ich hab Angst. Wo sind wir? Was ist hier los? Was ist hier los? Alles wo? Alles wegen dir. Das ist so cool. Jetzt kommen die Spielregeln. Ihr müsst die Gläser vor euch in die Hand nehmen. Und auf einem Fuß stehen. Wer zuerst aufgibt und das Getränk verschüttet, hat verloren. Ich hab Familie, lass mich gehen bitte. Wo hast du uns gebracht? Hier hab ich das Sagen. Habt ihr verstanden? Wir werden spielen. Wir werden spielen. Mein Freund hier wird euch helfen. Er ist lieb. Möge das Spiel beginnen. Und los. Konzentration. Oh Gott sei Dank. Nein, nein, ich will noch mal, ich will noch mal. Ich will noch mal, ich will noch mal. Gib mir einen Schuss, bitte, gib mir einen Schuss. Da bin ich wieder. So, ihr Knaben. Wollen wir ein Spiel spielen? Eins, zwei, drei sind noch übrig. Ihr müsst euch vor uns verstecken. Und wenn ich denjenigen fange, der hat verloren. Deswegen müsst ihr schnell sein. Seid ihr bereit? Möge das Spiel beginnen. Rennt, rennt. Ja, ja, rennt, rennt. Versteckt euch. Verstecki, verstecki. Papi ist unterwegs. So, ich komme. Na, wo seid ihr? Hä? Wo seid ihr, meine Süßen? Ich hab euch doch lieb. Na, wo versteckt ihr euch? Hä? Na, wo seid ihr? Trampampam, 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 trampampam. Habt ihr euch Mühe gegeben, ne? Na, wo seid ihr? Hä? Ups, hol ihn dir. So, meine Top-Kandidaten. Die 1 und die 2. 1, 2, 1, 2. So, wir kommen zum letzten Spiel. Die Spielregeln sind ganz einfach. Ihr müsst so viele Würfel aufeinander stapeln, wie ihr könnt. Und wenn dein Würfelturm fällt, hast du verloren. Kapiert? Möge das Spiel beginnen. Ja, ja, gebt euch Mühe. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. So, ihr beiden. Ich hab gewonnen, ne? Darf ich jetzt nach Hause? So, steht auf, ihr Versager. Jetzt kommen wir zum Ende. Ja, ich hab gewonnen. Niemand gewinnt hier. Jetzt müsst ihr alle sterben. Jetzt werdet ihr brennen. Es kann losgehen. Darauf hab ich den ganzen Tag gewartet. Feind euer Leben. Das ist ein Brink. Das ist ein Brink. Das ist ein Brink. Ist das ganz euer Ernst? Ich bin fast gestorben. Es ist ein Brink. Ich hab mich verarscht. Ich bin fast gestorben. 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 Vielen Dank.